Absatzschoner bei Tanzschuhen anbringen Das Ziehen der Schoner über den Absatz ist häufig anstrengend und kraftraubend. Der Absatzschoner muss aber stramm sitzen, um ein Lösen beim Tanzen zu verhindern. Unser Tipp, erwärmen Sie den Schoner mit einem Föhn oder in einem heißen Wasserbad. Hierdurch wird der Kunststoff weich und geschmeidig. Jetzt kann der Absatzschoner problemlos über den Absatz gedreht werden. Beginnen Sie dazu in der langen Diagonalen. Fertig. Sie können die Schuhe jetzt wieder anziehen.